Hallo ihr Lieben, ich bin's Alina. Willkommen auf meinem Channel Team Alina und heute geht's um Mehle und unsere Alternativen. Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, ich hab mir wieder Gölkchen von Sweet Kitchen dazu geholt und ihr habt unter ganz vielen Videos gefragt, warum wir nicht ganz normales Mehl benutzen, was wir da überhaupt benutzen, warum wir so viel benutzen und warum wir Mehle teilweise auch ersetzen. Und auf den Fragen wollen wir heute einfach mal auf den Grund gehen hier und wer kann es besser beantworten als die Erfinderin selbst. Und ja, wir haben hier schon mal aufgebaut für euch und ich werde jetzt eins nach dem anderen mal in die Kamera halten, damit ihr mal die Konsistenz seht und auch die Farbunterschiede. Und bevor wir das tun, vielleicht sollten wir erstmal im Grunde genommen sagen, warum du das überhaupt machst, was es so sein kann. Genau, vielleicht fange ich erstmal damit an, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also ich treibe ja gerne selber Sport und achte auch auf die Ernährung, aber trotzdem liebe ich es zu naschen. Und damals im Büro habe ich schon gerne dann zwischendurch einen Muffin oder einen Kuchen gegessen. Und irgendwann dachte ich mir so, Mist, es muss doch irgendwie eine Alternative geben. Und dann habe ich mich wirklich auf den Weg gemacht in den Bioladen oder ins Reformhaus und habe mir die ganzen komischen Mehle, von denen ich noch nie in meinem Leben etwas gehört habe, einfach mal angeguckt, die Nährwerte angeguckt und habe zu Hause herum experimentiert. Und das ist quasi mein persönliches Ergebnis, was ich entdeckt habe oder womit ich zufrieden bin, mit dem Backergebnis zufrieden bin. Okay, wollen wir, bevor wir nachher mal weitermachen, starten erstmal hier? Genau. Was haben wir denn hier? Das ist unser Kokosmehl. Das ist entölt. Also man würde sich vielleicht auch denken, kann ich nicht einfach Kokosraspeln nehmen und sie zu Hause mixen, dann habe ich auch Mehl. Also ganz einfach ist es nicht. Es gibt entöltes Kokosmehl, auch teilentölt. Da muss man auch immer auf die Nährwerte achten. Es ist schon wichtig, dass man da zu entöltem Kokosmehl greift, weil die Fettwerte viel besser sind und hier auch die Kohlenhydratanteile besser sind. Aber wir haben noch andere Mehle, da sind die Kohlenhydratanteile noch viel geringer. Genau. Und da kommt es ja auch auf euch drauf an. Also was seid ihr überhaupt für ein Typ? Was macht ihr gerade für eine Ernährungsumstellung vielleicht auch? Müsst ihr überhaupt auf den Kohlenhydratanteil achten? Müsst ihr auf den Fettanteil achten oder achtet ihr sogar auf beides? So wie wir manchmal oder meistens, nicht in allen Rezepten, aber es gibt ja auch viel Low-Cup-Sachen bei dir. Genau. Hauptsächlich. Hauptsächlich. So, was haben wir denn hier? Das erkennt man gleich, weil es so gelblich ist. Das ist das Süßlupinmehl. Oh, das mag ich gern. Genau, also ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Auch im Reformhaus habe ich es gesehen und das roch auch ganz gut. Und ich war ganz neugierig, habe dann direkt probiert. Auf der Packung stand auch, man kann es zum Backen verwenden. Da dachte ich, oh ja, nehme ich mit. Das ist kein wirkliches Mehl, also so wie beim Kokosmehl. Eigentlich ist es kein Mehl. Es gibt eine Pflanze, die hat Bohnen und diese Bohnen werden getrocknet und zum Mehl verarbeitet. Und das ist dann quasi das Ergebnis. Und es ist ein sehr guter Soja-Ersatz. Es hat super Eiweißnährwerte und die Kohlenhydratanteile pro 100 Gramm sind sehr gering. Ich glaube ungefähr 5 Gramm oder sogar drunter. Super. Das mag ich sehr gerne. Das nehme ich auch noch. Jetzt kommen wir zum Sojamehl. Ich sage, ich gebe schon ihr eigenes Mehl. Genau, das ist wahrscheinlich am bekanntesten. Das kennt ihr bestimmt. Das findet man auch schon fast überall. Sogar Kaufland hat schon Sojamehl. Da gibt es auch verschiedene Hersteller, verschiedene Nährwerte. Auch immer darauf achten, ob es entölt ist oder nicht. Mal ist der Fettgehalt höher, mal weniger. Genauso mit den Kohlenhydraten. Bei manchen Mehl ist es so, dass da noch Zucker mit dabei ist. Da immer besonders drauf achten. Also wenn ihr jetzt extrem auf die Ernährung achtet und keinen Zucker dabei haben wollt, dann sucht euch wirklich Sojamehl aus, was keinen Zuckeranteil hat und weniger Kohlenhydrate. So, was haben wir hier? Das ist das Leinmehl. Das gibt es mal dunkler und mal heller. Das Helle kenne ich nur von Rapunzel. Also ich nenne jetzt auch die Marke, weil es ist wirklich das Einzige, was ich kenne, was hell ist. Das Helle benutze ich immer sehr gerne für einen hellen Teig, weil das Dunkle, wenn ich jetzt Vanillemuffins mache und dunkles Leinmehl verwende, dann wird auch der Teig dunkler und das sieht dann nicht so schön aus. Das Gute am Leinmehl ist, diese ganzen Mehle sind ja eigentlich keine Mehle. Was zeichnet denn Mehl aus? Also Weizenmehl zum Beispiel, das enthält Gluten. Und Gluten hat ja diese klebende Wirkung, dass wirklich ein Kuchen daraus entsteht und das nicht so zerbröselt. Deswegen verwende ich gerne Leinmehl, weil es hat diese klebende Eigenschaft. Veganer benutzen auch gerne Leinmehl dafür, auch als Eiersatz. Ich verwende es halt in meiner Zutatenmischung dafür, dass wirklich ein Muffin entsteht und der auch zusammenhält. So, hier haben wir gar kein Mehl, kein wirkliches Mehl. Das ist ja Whey, Molkenprotein, kennt ihr sicherlich auch schon alle. Manche verwenden das nicht so gerne von euch, manche dann doch schon. Ich achte ja dann auch auf einen hohen Eiweißgehalt und man kann es einfach am besten mit Whey machen, weil Whey hat sehr, sehr, sehr wenig Fett und sehr wenig Kohlenhydrate. Wenn man ein gutes Whey kauft, zum Beispiel Rocker, genau, um einfach den Eiweißanteil zu erhöhen. Wer es nicht mag, kann natürlich auch darauf verzichten, das ist jetzt nicht so Pflichtbestandteil wie die anderen Mehle in meinen Rezepten. Es ist halt so, wenn man proteinreich backen möchte, ist es die einfachste Lösung, einfach einen Eiweißanteil hochzuhalten und mit Whey zu backen. So, wir kommen zum nächsten. Was ist das hier? Das sind Haferflocken oder es waren mal Haferflocken. Malen? Genau, wenn ich mit Haferflocken arbeite, dann male ich sie gerne, einfach in den Mixer schmeißen. Ich habe mal eine E-Mail bekommen, ob das durch den Fettanteil denn nicht so wie so eine klebrige Masse wird. Nein, wird es nicht. Ich habe auch einen sehr starken Mixer. Nee, überhaupt nicht. Der hat 1400 Watt und der ist wirklich sehr stark und es wird trotzdem zu Mehl und nicht zu Pampe oder so. Also da braucht ihr auch keine Angst haben. Ich finde, mit dem Gemahlenen lässt sich es besser backen, einfacher, aber man kann natürlich auch die zarten Haferflocken verwenden. Genau, die können wir ja schreddern, haben wir ja auch schon mal gemacht, so ein bisschen nicht ganz so fein mahlen. Und hier haben wir auch gleich einen Ersatz, den wir benutzen, zum Beispiel auch öfter für Frühstücksrezepte oder so, wenn man noch viele Kohlenhydrate am Tag essen möchte und auch gut in den Starttag, in den Tag starten möchte. Und das ist zum Beispiel eine Alternative. Was haben wir hier? Jetzt haben wir wirklich Mehl da. Das ist das einzige Mehl, was hier auf dem Tisch ist. Das ist aber Vollkornmehl. Auch für die Leute, die jetzt nicht unbedingt auf Low Carb sind, sondern sich gesund ernähren möchten. Ihr wisst ja bestimmt auch, dass man lieber auf Vollkornprodukte zugreifen soll und nicht auf weißes Weizenmehl. Das verwende ich halt auch gerne, besonders zum Frühstück oder wenn ich Cookies mache, dann benutze ich dann auch gerne Vollkornmehl dazu. Okay. Gibt es denn hier was auf dem Tisch? Jetzt haben wir ja hier schon gehört, das ist eher, was war das? Leinmehl. Leinmehl. Und das war eher für die klebrige Konsistenz, sodass das halt ein Teig wird und nicht auseinanderbröselt. Gibt es denn noch was anderes hier, was irgendeine Wirkung hat in einem Teig? Das nicht. Also jedes Mehl reagiert ein bisschen anders. Also Wasseranteil spielt immer eine große Rolle. Zum Beispiel Kokosmehl braucht immer mehr Wasser. Also wenn man jetzt dieselbe Menge an Wasser mit dem Sojamehl nimmt, würde es bei dem Kokosmehl viel dicker sein. Genau, man bräuchte mehr Wasser. Darauf muss man dann achten. Also wenn man jetzt anfängt zu ersetzen, muss man halt auf sein Gefühl hören, ein bisschen. Immer eine dickflüssige Konsistenz und dann gucken, ob man ein bisschen mehr Wasser braucht. Das ist nämlich auch ganz interessant bei mir gewesen, wenn ich versucht habe, mal ein bisschen abzuwandeln oder Gökschens Rezepte zu Hause nochmal nachgekocht habe oder gebacken. Dann war es eher so, dass ich manchmal nicht so ganz genau bin und ein bisschen Wasser dazu oder auch nicht und nicht richtig abgemessen habe. Und dann wurde das irgendwie nicht die Konsistenz, die wir hatten am Anfang oder in unseren Videos. Und da habe ich mich auch immer gefragt, was mache ich denn falsch oder so. Und da hat Gökschen schon ganz gut den Dreh raus in ihren Rezepten. Verrät mir natürlich auch nicht alle. Ein bisschen bleiben wir auch ihr Geheimnis. Das ist ja ihr gutes Recht. Aber auf jeden Fall bin ich ja schon froh, dass sie das alles mit uns teilt. Und eine Frage haben meine Mädels da draußen nämlich noch an dich gehabt und das ist, brauche ich sie alle? Also natürlich haben wir jetzt hier wirklich ein paar Mehle oder ein Mehl und die Ersatzprodukte dafür auf dem Tisch. Und wir benutzen ja auch nicht immer sieben Stück. Drei, sechs, sieben. Ja, sieben Stück, sondern auch manchmal nur zwei, drei davon oder vier. Aber muss ich sie alle in einem Rezept verwenden? Und was ist der Sinn und Zweck daran? Das machst du ja nicht umsonst mit mir hier immer. Ja, genau. Also besonders ich habe ja hohe Erwartungen an meine Produkte und ich will ja, dass das wirklich so gut wie möglich wird. Vor allem die Konsistenz. Auch der Grund, warum ich damit angefangen habe, wenn ich jetzt so einen Ersatz-Muffin backe, dann muss er mich ja auch geschmacklich so überzeugen, dass meine Lust auf einen normalen Muffin ja schon befriedigt ist und ich nicht reinbeiße in den Ersatz-Muffin und mir denke, ja, nee, das schmeckt jetzt nicht lecker. Und das Problem für mich war immer, wenn ich jetzt so ein, zwei Zutaten habe, zum Beispiel nur mit Magerquark oder Whey gearbeitet habe, fand ich die Konsistenz nicht so schön und auch den Geschmack. Ich habe viel herum experimentiert, ich habe manchmal zwei Mehle benutzt und fand es ein bisschen schwierig. Ich hatte wirklich die besten Ergebnisse, wenn ich drei, vier Mehle miteinander gemischt habe, weil die Mischung macht es einfach aus. Wenn man jetzt zum Beispiel nur Süßlupin-Mehl benutzt, dann ist der Geschmack von der Süßlupine etwas zu stark mit dabei, fand ich. Wenn man das mischt, dann neutralisiert sich das so ein bisschen, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich bin einfach zu dem Ergebnis gekommen, dass die Konsistenz wirklich sehr nah zu dem normalen Muffin ist. Okay. Und ich kann euch auch einfach nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe einmal einen Großeinkauf gemacht sozusagen, habe alle Mehle und das auch nicht in so kleinen Päckchen geholt, sondern wirklich so einen Sack, weil ich ja wusste, ich werde sie öfter benutzen, weil ich ja jetzt auch öfter koche und backe mit Götzchen. Und da ist es ja auch in der Großpackung schon ein bisschen günstiger. Und wenn man das einmal zu Hause stehen hat, dann macht man damit endlich auch mal was. Also es ist ja im Endeffekt nicht so, dass ihr es einmal kauft, einen Esslöffel rausnehmt und dann das Mehl eigentlich zur Seite stellen könnt und nie wieder braucht, sondern ihr macht es ja echt extrem oder ihr könnt ja extrem oft backen. Und manchmal habe ich dreimal die Woche gebacken. Und nachts auch. Und ganz viel nachts. Und es ist immer noch, es ist wirklich kaum was angerührt, zwar, weil so viel braucht man immer gar nicht, finde ich. Es gibt immer in ihren Rezepten auch so, dass man manchmal von dem Mehl ein bisschen mehr braucht, im nächsten Rezept braucht man aber von dem anderen ein bisschen mehr. Also brauchen die sich so gleichmäßig auf, ist immer ganz praktisch. Und da braucht ihr euch eigentlich gar keine Sorgen machen. Das ist einmal halt ein Kostenaufwand, das stimmt, aber wenn es danach halt geschmacklich das perfekte Ergebnis ist und ihr so super Sachen zum Beispiel auch der Familie einfach mal nachmittags auf den Tisch hauen könnt und sagen könnt, guckt mal hier, ich habe für euch gebacken und keiner merkt, dass es eigentlich Low Carb ist, sondern es schmeckt wie ein vollwertiger Kuchen, Muffin, was weiß ich. Das ist das beste Kompliment, wenn man das hört, oder? Wollte ich gerade sagen, es schmeckt auch nichts mehr. Wenn ich zu Hause nämlich Low Carb Backwaren anbringe, dann war am Anfang immer so, ach, ja, das schmeckt ja nicht so ein normaler Kuchen mit richtig Zucker drin und so, also von der Oma noch oder sowas, die ja auch jedes Wochenende backt. Aber wenn man es dem nicht sagt und sie reinbeißen, zum Beispiel war das auch das Ergebnis, als Gökschen uns auf unserer Hochzeit mit einem Low Carb Kuchen, einer zweiten Hochzeitstorte sozusagen, überrascht hat, hätte sie es nicht gesagt, hätte es gar keiner gemerkt. Also, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswert. Hast du noch was? Ich denke, wir haben alles erwähnt. Ich hoffe. Super. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr uns auch für das Infovideo einen Daumen nach oben geben würdet und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also, bis dann!